So, jetzt geht's. Hallo liebe Kinder. Hallo, da ist die Romina. Ich hoffe euch geht's gut, eurer Familie geht's gut. Ich habe mir eine kleine Geschichte überlegt, damit euch die Zeit daheim nicht so lange vorkommt. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen. Und die Geschichte, die handelt vor einem Schmetterling und einem Löwenzahn. Und zurzeit kommt mir echt extrem viel Löwenzähne, also es sind Blumen, gelbe Blumen, ganz viele sehen. Zum Beispiel da, ganz viele überall. Ganz gelb sind die. Aber die Löwenzähne sind voll interessant, weil die sind nicht nur gelb. Und das erzähle ich jetzt in meiner kleinen Geschichte. Fröhlich tanzte ein blauer Schmetterling über die Wiese, als er zu einem Löwenzahn kam. Er setzte sich auf die Löwenzahnblüte und naschte bei seinem süßen Nektar. Plötzlich sagte der Löwenzahn, »Ich kann auch fliegen.« Der Schmetterling lachte. »Ha, ha, 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 das glaube ich dir doch nicht. Du bist eine Blume und fest im Boden verwachsen. Du kannst bestimmt nicht fliegen.« »Hm, wart's nur ab. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Und morgen oder übermorgen kannst du noch mal schauen kommen. Und dann kann ich vielleicht fliegen.« Der Schmetterling dachte sich, »Ha, ha, ha, eine Blume, die fliegen kann. Das glaubt doch keiner.« Also flog er wieder weiter zu den nächsten Blumen und auf die Wiese. Aber der Schmetterling dachte sich, »Hm, vielleicht hat die Blume ja doch recht. Ich bin schon sehr neugierig.« Und er kehrte wieder um. So flog er wieder zurück zu dem großen Löwenzahn. »Hm, siehst du, du kannst immer noch nicht fliegen.« Sagte der Schmetterling. Und der Löwenzahn. »Hm, gehnte noch ein bisschen. Komm morgen wieder. Dann kann ich fliegen.« Der Schmetterling dachte sich, »Hm, bist du langweilig. Versteckst dich hinter deinen grünen Außenblättern.« »Hm, nein, nein, nein. Ich fliege lieber wieder weiter.« Also flog er wieder weiter. Am nächsten Tag allerdings hatte der Schmetterling, »Hm, so ein Gefühl. Er wollte doch noch einmal nach dem Löwenzahn schauen.« »Oh mein Gott, schau mal da. Wie sieht denn der Löwenzahn jetzt aus?« Der Schmetterling sagte, »Hast du deine Farbe verloren?« Und der Löwenzahn antwortete, »Nein, das ist mein Fluggewand.« Und plötzlich kam ein Windstoß. Und ganz viele kleine Samen vom Löwenzahn flogen in den Himmel hinauf. Ganz hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und der Schmetterling staunte, »Du hattest recht, lieber Löwenzahn. Du kannst ja viel höher fliegen als ich.« Und das war die Geschichte, Kinder. Und wisst ihr, wie der Löwenzahn ausschaut, wenn der dann nicht mehr gelb ist? Dann ist es nämlich eine Pustenblume. Da habt ihr sicher schon ganz viele gesehen. Und wisst ihr, was das total lustige bei der Pustenblume ist? Ich nehme die Kamera, woher steht auch. Ich hoffe, es seht ihr mich. Wenn man da ganz fest hineinbläst, dann fliegen da auch ganz viele von den Teilchen weg. Und die fliegen ganz weit an den Himmel hinauf, bis sie ganz leer ist. Und wenn die da so fliegen und sich dann auf den Boden wieder niedersetzen, dann sitzt irgendwo einer ganz, ganz kleiner, ganz kleiner, dann seht ihr nicht so gut. Dann können nächstes Jahr wieder neue Löwenzähne wachsen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Es ist ein bisschen schwierig, selber zu filmen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.